So Leute, willkommen zurück zu Let's Play! WoW, Blutelfen, Paladin 1 bis 100. Kurz anmelden und dann können wir direkt weitermachen. So, wir sind in der nächsten Folge stehen geblieben. Ähm... Wir müssen schon eine Weile her. Was haben wir denn zuletzt geblieben? Ah ja, genau, wir haben uns mit diesen Affen verbindet. Wir waren gerade in dieser Bruderschaft angekommen, wo wir uns hier verbindet haben. Hier scheint noch was zu sein. Hier ist ein Klo, das scheinbar verschlossen ist. Ähm... Okay, was ist jetzt? Achso, ich soll sie hier bewerfen. Ja, okay. Ja, wenn die Tusse mal aufhören würde, meine Sachen zu töten. Bitch, please. So, jetzt habe ich ihn vergiftet. Er wirft mir immer Bomben zu und ich muss dann immer dementsprechend handeln. So, wirf mir meine Granate zu. Ich brauche mal gerade eine. So, oh, Zweier. Oh, Dreier. Uh! In your faces. You fucking genius. You fucking genius forces, Alter. That Dragon Ball reference. Komm, einen. Das ist zu weit entfernt. Wie, den kriegst du nicht down? Einer noch. Ich bin fertig. Das war ja sehr niedlich. Da haben wir sie komplett zugebombt mit Bombs. Gut, ich bin fertig. Hey, wie geht's also? Ach, dafür gibt's das hier. Cool. Brauche ich zwar nicht, weil ich schon bessere Sachen habe, aber zum Verkaufen definitiv genug. Ach, geil, ich könnte hier... Ach, super, nice. Aha, nice. Ich könnte auch die Zeitwanderung machen. Habe ich schon in den letzten Folgen gemacht, muss man, um ehrlich zu sein, sagen. So, ich könnte von hier verschwinden. Könnte. Bezieht sich auf könnte. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Kunle. Nein, ich wollte bis 88 hierbleiben, stimmt. Einfach, weil wir schon kurz vom Level abstehen und dann, äh, es sich nicht lohnt, jetzt nochmal irgendwie wohin neu zu gehen. Weil Kunle-Gipfel ist, glaube ich, bis 88 und dann ist das schon wieder Schluss mit lustig. Ne? Kunle-Gipfel, wo ist das hier? Ja, 88. Danach könnten wir direkt, äh, in Shandupar-Viertel. Wohin geht's denn dann ab da? Ah, Tolong-Steppe, meine ich ja. Ist ja bei den Shandupar-Leuten da, in der Nähe. Gut, das wäre dann eine Möglichkeit, wo wir hingehen könnten, dass durch Patch 6.2 könnten wir direkt hier die Quest beginnen. Hat man sehr gut gemacht, äh, ist ein bisschen übersichtlicher. Als vorher. Okay, äh, wir müssen noch da... Fuck, man, komm schon. Das ist nicht cool. Mich gestalft anzugreifen, trust me. Fucking, fucking bad idea. Wo könnten wir hier lang? Hier weiß ich... Oh, nö, 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 nö. Komm schon, schnell weg hier, schnell weg hier. Ich sieh... Doch, man sieht sie. Aber die sind grün. Die tarnen sich in ihrer natürlichen Habitat. Gut, da müssen wir zum... Ah, okay, ich glaub, ich weiß ungefähr, wo das hingeht. Wenn das jetzt da ist, wo die Allianz auch später hin musste... Ja, 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 genau. Da musste, da musste die Allianz später auch hin. Ist ja dieses komische Kloster da. Wenn ich mich nicht recht entsinne, war da was. Ich bin überrascht, dass wir immer noch nichts gefunden haben. Normalerweise geht das deutlich schneller von der Hand. Ah, hier. Da ist er ja. Grüße. Moin. Seid genügsam. Dies ist Morgenblüte. Das Herz des Pandarenlebens hier in Jadewald. Wenn ihr einen guten Eindruck machen wollt, dann unterstützt diese Bürger, wo ihr könnt. Und dann verpisst er sich einfach. Wow, nett. Berichtet mir von euren Reisen. Ist ja super süß, ne? Boah. Äh. Sprecht. Also, ich muss nur mit den Leuten hier reden. Das ist ja nice. Was ist das? Wollte ihr etwas kaufen? Nein, das ist kacke. Ich weiß, wo das ist, aber da begeben wir uns in Zukunft nicht hin. Was ist hier? Genau. Was ist mit... Auch nicht. Auch nicht. An unseren Freunden viel Glück. Nein. Nein. Keine Eifel. Ja, super, toll. Alle Quest, die ich habe, führen mich schon ins nächste Gebiet rein. Super, nice. Sehr awesome. Was gibt es hier noch? Das war es eigentlich schon. Ich glaube, das ist die einzige Quest, die wir hier machen können, um weiter voranzuschreiten. Der Rest ist eher... eher in Richtung schon nächstes Gebiet. Solange hier nichts mit der Tolong-Steppe auftaucht, dann können wir uns das sparen. Nicht so eilig. Bist du nicht mal. Ach nee, der ist weiter oben. Der ist da. So, dann gehen wir mal kurz nach oben, reden mit denen, dann haben wir die Quest beendet und dann müssen wir eigentlich auch schon... Ihr seid herzlichst willkommen. Ist ja schön zu wissen. Gut. Äh, zurück zum Thema. Ich muss hier schauen, wo führt mich das hier hin? Was willst du? Äh, im Obstgarten... Das ist, glaube ich, hier, oder? Ja, falls wir da in die Richtung hingehen, könnte ich mich dieser Sache aneignen. Was ist die Quest? Zu viele Quests. Definitiv zu viele Quests. Was will sie? Oh, hallo. Spricht dem Tiang-Kloster im Jadewald? Ja, falls ich mich da auch hinbegebe, kann man das auch machen. Was gibt's noch? Ich weiß, irgendwo vorne am Ausgang war eine Quest. Genau, die meinte ich da. Kann man schnell eben gucken, bevor ich abgebe, was das ist. Na? Eure Augen verraten... Achso, das ist... Was? Das ist... Ach, ja, das ist mit diesen komischen Feuer-Dingsbums. Ja, das kenne ich. Wegen dem Event momentan noch, wegen dem Sonnenfest, was gerade läuft. Cool. Haben wir uns extra Erfahrungspunkte angeeignet. Dann zurück zum Thema, was... Hallo, möge die Jade-Schlange euch leiten. Gut, die Quests sind neu. Wo kommt ihr her? Der ist auch neu. In und davon. Bist du neu? Bitte schaut euch meine Waren an. Nein, aber der ist neu. Hallo. Keine Einheit. Sehr schön. Gut, dann begeben wir uns auf, auf, auf und davon. Machen wir die drei Quests, dann sollten wir 88 sein. Dann könnte ich ja eigentlich auch die hier schon abbrechen, weil... Da werde ich mich definitiv nicht mehr hinbegeben. Auch ins Tian-Kloster werde ich, glaube ich, nicht mehr hinkommen. Weil, glaube ich, nach den drei Quests bin ich 88. So, Spinnen töten, was noch? Äh, rettet die Kinder, okay. Wüsste nicht, seit wann wir uns zum Helden mutiert haben. Aber... Shit! Fucking Spiders. Ah, ich kriege sogar... Oh, sogar 10% mehr Erfahrungspunkte. Super. Momentan spricht alles dafür, das Schicksal sagt, wer hat schnell Level... 90. Ja, die Frage ist, wo sind die fucking Kinder? Ich sehe hier keine. Ich sehe hier zwar Spinnen und diese komischen Teile, aber ich sehe keine scheiß Kinder. Nichts gegen Kinder, ich mag Kinder. Wo sind die denn? Ach, die sind da ganz weit... Boah, was machen die denn da hinten? Haben euch eure Eltern nie beigebracht, nicht weit von zu Hause wegzulaufen? Und euch noch... Und euch nicht in Gefahren zu begeben? Ist ja schlimm. Die heutige Jugend... So, eine Spinne, ein Ei und dann sind wir hier fertig. Gut, äh, bin ich froh, dass wir letzte Folge, also letzte Aufnahme definitiv ziemlich schnell vorangekommen sind. Denn... Wir haben in der letzten Folge fast zwei Levels wieder abgestaubt. Das macht uns... Das macht uns diese Aufnahme ziemlich einfach. Müssen wir mindestens die Hälfte für heute schaffen. Also Level 88, ein Hype müssen wir jetzt kommen. Haben wir ungefähr heute was erreicht. So, jetzt ist die Frage, wo sind die fucking... Ah, what the fuck? Who the fuck are you? Erzählt mir eine Geschichte. Bis später. Ach geil. Ihr kommt mir gerade recht. Ich muss dich töten. Nice Timing. Ich kann das noch nicht wirken. Sehr schönes Timing. Kann man, kann man... Alter, wo kommen die ganzen Assis her? Ich brauche ein Ziel. Meine Fresse. Sucht euch Hobbys, ihr fucking Jadewächter. Gibt genug zu tun. Ach, da sind die Kinder. Och, wie süß. Am Bambus gekrallt. Eines Tages werde ich so heldenhaft wie ihr sein. Ist ja schön, ne? Ja, klar. So kriegen euch die Katzen auf jeden Fall nicht, ne? So auf den Baum geklöpftet. Ich habe keine Angst vor euch. Ist ja nur ein Katzensprung entfernt, ja? Wenn man es so sagen würde. Hallo, tschüss. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht... So, irgendwas mit einer Jade-Hexe, habe ich gehört. Stimmt, das ist doch diese komische Tusse da, die all die... Alles, was sie sieht, in fucking Jade verwandelt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Stimmt, der hat doch unseren Freund auf den Gewissen. Fällt mir gerade irgendwie so spontan auf. Hallo. Viel Spaß. Oh, das wird eine schöne Racheaktion. Sehr gut. Dann können wir unseren Freund wenigstens rächen. Den sie einfach mal so in Jade verwandelt hat. Erzähl mir eine Geschichte. Diese crazy Chick, Alter. So, einen retten und ein, äh... Ein Kind retten. Töten und retten. Das muss drin sein in dem Spiel. So, da haben wir das retten und jetzt kommt noch das töten. Na, wo ist das Viech? Wo kommt ihr her? Muss ich wissen, wo noch eine Jade-Wächter ist. Immer wenn man diese Motherfuckers braucht, sind sie nie da. Hallo? Ja, dann nicht. Dann hole ich mir den da hinten. So, da... Fertig. Ich habe keine Angst vor euch. Ja. Die Oma töten. Verfrüßet ein paar böse Wichte. Oh. Ring-a-ding-ding. Ring-a-ding-ding. Das ist doch meine Lieblings... Ich brauche, glaube ich, Meisterschaft. Tschüss. Das ist so bei mir... Momentan A und O. Kennt dich das durch das ersetzen? Dann passt das ungefähr. So, reden wir mit dem Umchirm und dann stellen wir die Sache klar. Ich werde dich töten. Wo ist unser Ork-Mann? Irgendwo war hier doch der Ork. Der Ork-Mann ist nicht bereit. Ne? Ich liebe Happy Ends. Gehen wir ab und dann verziehen wir uns direkt. Dann sind wir ja schon fertig. Müssen nichts mehr Großartiges tun. Können dann gleich in die... Tellong-Steppe. Ich hoffe, da kommt man irgendwie am schnellsten hin. Weil, wenn wir laufen müssen, werde ich hier dann einen kleinen Schnitt setzen, damit wir dann direkt da starten. Wird aber darauf hinauslaufen, dass wir da hin reiten müssen. Fliegen kann ich leider noch nicht. Gut, gehen wir erst mal ab. So. Was braucht ihr? Brauche ich nicht. Möge der weiße Tiger über euch wahren. Hallo. Äh, brauche ich nicht. Mögen euch die Nebelbüsche. Ich würde jetzt gerne nochmal Dungeons dazu addieren, aber ich habe Angst, dass wir dann dem Forge, den wir da schon aufgebaut haben, verloren geht. Bis zum nächsten Mal. So, irgendwo muss die... Genau, da war noch was zum Abgeben. Tellong-Steppe, Quest beginnen. Jupp. Eines Tages werde ich so heldenhaft wie ihr sein. Oh, geil. Das ist sogar... Wo geht ihr hin? Das ist nicht schlecht. So, ich gehe... Ich verzichte, glaube ich, mal auf Tempo. Ja, ja. Das passt so. Gut, können wir jetzt irgendwie dorthin fliegen? Willkommen. Nope. Die nächste Runde. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg zur Tellong-Steppe reiten. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier kurz einen Aufnahmeschnitt. Wenn gleich die Einladung zur Dungeon kommt, werde ich dann gleich wieder einsetzen. Aber ansonsten sehen wir uns dann gleich in der Tellong-Steppe wieder.